Spruch des Tages Sonntag, 19. April 2020 Peter Handke aus Das zweite Schwert 2020, Seite 38 Und eine namenlose Freude packte mich, am Nichtstun jetzt, und am weiteren lassen und Nichtstun, weiter so Nichtstun und lassen, und so weiter und so fort. Ein gerüttelt Maß, voll Freude an Muße, wünsche ich dir heute. Bleib bewahrt, lebe recht.